Hallo bei Testerlein. Heute vergleichen wir Werkzeugkoffer. Dabei wird kein Testsieger ermittelt, denn für jeden ist etwas anderes wichtig. Die einen möchten so viele Werkzeuge wie möglich für wenig Geld bekommen und die anderen legen Mehrwert auf hochwertige Verarbeitung. Wieder andere brauchen bestimmte Werkzeuge, die unbedingt im Werkzeugkoffer sein sollten. In diesem Video schauen wir auf den Inhalt und die Wertigkeit. Beginnen wir mit der Anzahl an Werkzeugen, wobei der Tresco mit 949 Teilen weit vorne liegt. Beim Mannesmann sind es nur 108 für fast den gleichen Preis, aber dazu kommen wir später. Die Maße sind nicht unbedingt wichtig, aber gehören zu einem ordentlichen Vergleich dazu. Am größten ist der Tresco, der natürlich viel Platz für die ganzen Werkzeuge benötigt. Andersrum ist der Mannesmann schön klein und handlich. Interessanter ist das Gewicht, denn hochwertige Werkzeuge sind nicht gerade leicht. Hier wiegt dem Mannesmann nur 8,2 Kilogramm, die zum Transportieren gerade noch zu akzeptieren sind. Alle anderen sind mit 12 bis fast 20 Kilogramm zu schwer. Beim Tresco, Meister und KWB ist ein fahrbarer Koffer dabei, was das Ganze angenehmer macht. Der schwerste BGS kann nur über zwei robuste Griffe getragen werden. Für ihn ist ein fester Standplatz am sinnvollsten. Jetzt legen wir mit dem Inhalt los. Ein Hammer wird ständig benötigt, sollte also nicht fehlen. Doch gleich hier sehen wir, dass es nicht immer der Fall ist. In dem BGS-Koffer ist er nicht vorhanden, was beim Kauf oft nicht auffällt. Gerade für solche Dinge ist ein Video wie dieses hier wichtig. Zum Dank könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Machen wir mit den Schraubendrehern weiter. Kreuz- und Schlitzdreher sollten in verschiedenen Größen vorhanden sein. Unsere fünf Beispiele haben das alle. Um genug Kraft aufbringen zu können, ist ein großer Griff besser. Achtet beim Kauf darauf, um euch nicht hinterher zu ärgern. In unserem Vergleich gibt es dabei keine großen Unterschiede. Oft werden Präzisionsschraubendreher benötigt, um besonders kleine Schrauben zu lösen. Beim Mannesmann und BGS-Werkzeugkoffer finden wir sie nicht. Die anderen haben ein ganzes Set dabei gelegt. Ring- und Maulschlüssel gehören zum Standard. Wenn die fehlen, hätte der Koffer seinen Sinn verfehlt. Bisher also alles in Ordnung. Aber mal abwarten, wie es mit speziellen Werkzeugen aussieht. Sind Wasserpumpen, Spitz- und Kombizangen schon speziell? Ich meine nein und die Hersteller wohl auch. Denn diese Zangen sind überall dabei. Übrigens sind alle Werkzeugkoffer unter dem Video verlinkt. Wer möchte, kann sie sich gerne näher ansehen. Etwas anders sieht es mit einer Säge aus. Sie wird eigentlich auch oft genutzt, aber fehlt in dem Set von Tresco und BGS. Schön ist, dass in den anderen Koffern sogar Ersatzsegelblätter dabei liegen. Schrauben mit seltenem Torque oder Insektskant können mit dafür geeigneten Bits gelöst werden. Am besten sind sie magnetisch, um nicht herauszufallen. Auch das gehört wohl zum Standard, denn es ist überall vorhanden. Mal sehen, was wir noch alles brauchen. Wer anstatt dem Ring- und Maulschlüssel lieber eine Ratsche nutzt, findet diese in allen Koffern. Natürlich mit passenden Aufsätzen. Ein Seitenschneider wird oft zum Kabel- oder Kabelbinder durchtrennen genutzt. Wer härtere Gegenstände wie Nadeln oder sogar Nägel durchtrennt, hat schnell Löcher in der Schnittfläche. Vorhanden ist sie in allen Koffern. Wie robust sie sind, erfahren wir in einem Extraabschnitt. Inbusschlüssel wird mit N geschrieben. Viele sagen Inbusschlüssel mit M. Darum der kleine Hinweis. Beim BGS-Werkzeugkoffer fehlte übrigens und eine Menge anderer Sachen auch, wie wir gleich sehen werden. Zum Beispiel hat er als einziger kein Cuttermesser, das in vielen Situationen hilfreich ist. In den anderen Koffern sind sogar Ersatzklingen dabei. Oder ein Maßband. Es wird ständig benötigt, aber fehlt im BGS-Koffer. Eine Wasserwaage fehlt gleich in zwei Werkzeugkoffern, bei Mannesmann und BGS. Ein Phasenprüfer zur einfachen Stromkontrolle sollte genauso wenig fehlen. Doch auch hier fehlt sie im BGS-Koffer. Warum er trotzdem im Vergleich aufgenommen wurde, wird gleich ersichtlich. Erst einmal machen wir aber mit wichtigen Werkzeugen weiter. Was ist zum Beispiel mit einer Schere? Die wird doch auch ständig genutzt. Zu finden ist sie aber nur im Tresco. Oder mit einer Taschenlampe für dunkle Stellen? Die finden wir bei Meister und KWB. Es sind sogar recht helle LED-Lampen, die lange halten. Was mich dagegen wundert ist, dass drei unsere Koffer Pfeilen haben. Die wird eigentlich nicht so oft genutzt, aber fehlt nur zweimal. So, das waren alle Werkzeuge, die nicht fehlen sollten. Was ist aber, wenn wir noch etwas dazulegen möchten? Nur der Mannesmann-Koffer bietet Platz dafür. Kommen wir zur Wertigkeit. Der Tresco ist eher mittelwertig. Sein Material ist nicht besonders hart und nutzt schneller ab als bei den anderen. Hier gilt wohl Massestadt-Klasse. Anders sieht es bei Meister, Mannesmann und KWB aus. Hier haben wir eine hochwertige Verarbeitung, die für den Hausgebrauch vollkommen ausreicht. Am hochwertigsten ist jedoch der BGS-Werkzeugkoffer. In ihm ist nur das Wichtigste, aber was dabei ist, hält ewig. Jetzt möchten alle bestimmt wissen, was die einzelnen Koffer kosten. Die gezeigten Preise können sich stetig ändern. Schaut einfach unter dem Video nach dem aktuellen Preis. Zum Vergleich findet ihr gleich zwei Links. Hier noch eine Zusammenfassung mit Zubehör, das nicht aufgezählt wurde. Beim Tresco liegen unter anderem zwei Pressklemmen, eine Heißklebepistole, Nägel, Schrauben, Dübel, ein Reifendruckprüfgerät, Kabelbinder und Handschuhe dabei. Bei den 949 Teilen wurde wohl jeder einzelne Nagel mitgezählt. Anders würde es für ca. 88 Euro auch nicht gehen. Im Koffer von der Firma Meister liegen zwei Bleistifte mit Anspitzer, Ader-Endhülsen mit Zange und eine Sicherheitsringzange dabei. Außer einer Schere hat er sonst alles, was benötigt wird. Besonders schön sind die Konturen für jedes Werkzeug. Kommt alles an seinen Platz zurück, bleibt der Werkzeugkoffer aufgeräumt wie am ersten Tag. Diesen Koffer gibt es auch mit 238 Teile. Wer nur das Nötigste benötigt, allerdings hochwertige Werkzeuge zu einem günstigen Preis sucht, sollte sich den Mannesmann anschauen. In der Basisversion fehlt nur eine Wasserwaage, eine Schere und eine Taschenlampe. Es gibt jedoch vier verschiedene Koffer mit leicht anderem Inhalt. Mit 8,2 Kilogramm ist er einfach zu transportieren. Die Zusammenfassung zum BGS-Koffer fällt besonders aus. Er ist besonders schwer, besonders teuer, aber auch besonders hochwertig. In ihm sind keine Extras vorhanden, bis auf einen Magnetheber, mit dem schwer zugängliche Schrauben oder ähnliches gehoben werden können. Wer diesen Koffer besitzt, muss nie wieder Ersatzwerkzeug kaufen. Wie schon erwähnt, hat er keine Räder und sollte wegen dem Gewicht von 20 Kilogramm an einem festen Platz stehen. Durch die Vertiefung fällt nichts raus oder runter und die Footpladen bieten einen schnellen Zugriff auf jedes Werkzeug. Der KWB hat fast die gleiche Ausstattung wie der Meisterwerkzeugkoffer. Auch die Menge an Werkzeugen und der Preis ähneln sich, sowie ein fahrbarer Trolley. Was ihm fehlt, sind die nützlichen Konturen. Als Zubehör hat er Ader-Endhülsen mit passender Zange, ein Polster für längeres Knien und eine Drahtbürste, an die keiner von den anderen gedacht hat. Insgesamt finden wir in ihm die zweitmeisten Werkzeuge. Schau dir auch meine anderen Videos an, in denen Produkte verglichen werden. Um nichts zu verpassen, abonniere den Kanal.